...ist unantastbar, äh, unangreifbar, unantastbar, ja sorry, ich muss noch viel lernen. Ich finde, diesen Satz sollten wir einmal applaudieren. Und mit der Würde ist es jetzt so langsam bald nichts mehr. Weil, wenn man früher Straftaten begangen hat, dann musste das irgendwo auffällig werden, es gab eine Anzeige, dann wurde ermittelt, okay, und dann ging man ran, machte vielleicht eine Telefonüberwachung, auch viel zu viel, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Und mittlerweile braucht man das gar nicht mehr. Heute wird jeder, wie heißt es so schön, billig und gerecht denkende Mensch einfach mal komplett und total überwacht. Und das, finde ich, ist eine Unverschämtheit. Das untergräbt unsere Würde. Und wir haben eine Bedrohung durch diese neue, ähm, Form von Sicherheit. Das ist die neue Reversion, ja, Schasi-Zeitpunkt, der observiert 80 Millionen, um die Privatschärme getrogen sind. Alle Menschen, die hier wohnen, das hier, jetzt eure Nase, in unser aller Leben steckt. Verschreitet Kompetenzen und dient mit kein anderes. Die innere Sicherheit ist euer Vorwand, ihr schweilt alle meine Daten nach Vorrat, damit ich nicht dagegen wäre, mein Geist ist etwas vor, aber ich bin groß dran, wo und an die... Was ist denn? Ja, mein Geist auch? Ja, was gibt es? Aber was... Biss! 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 Dankeschön. Bestätselung im ganzen Land. Unsere Antwort. Widerstand. Kameras im ganzen Land. Unsere Antwort. Widerstand. Speichert uns im ganzen Land. Unsere Antwort. Widerstand. 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 Ich weiß nicht, bin ich draußen in der Fläche, wenn mein Zug, der doch nicht abgefahren ist. Ja, ich bin nicht abgefahren. Ich bin nicht abgefahren. Ich bin nicht abgefahren. Ich bin nicht abgefahren. Die Vorratsdatenschweifung ist nicht, da ist ein nicht zu rechtfertigter Unternehmens, der beeindruckt ist, die Vorratsdatenschweifung ist nicht. Die Vorratsdatenschweifung ist nicht, da ist ein nicht zu rechtfertigter Unternehmens, der beeindruckt ist, die Bürger und die Bürger. Die Vorratsdatenschweifung ist nicht. Stasi 2.0! Null! Keine Stasi 2.0! Keine Stasi 2.0! Keine Stasi 2.0! Keine Stasi 3.0 x Untertitelung des ZDF, 2020